Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Ganz überraschend, für mich zumindest, kam die zweite Episode heraus und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt aus dem Kopf. Und bei mir heißt es natürlich wieder wie immer, es gibt keine In-Game-Subtitles, ich mache eigene deutsche Untertitel, also wenn ihr die noch nicht angeschaltet habt, schaltet sie doch jetzt einmal an. Auf YouTube unten rechts im Fenster gibt es die Möglichkeit, die einzustellen und sogar die zu konfigurieren von Größe und Farbe und Pipapo, könnt ihr alles selber einstellen. Wir starten aber mal Play und dann zweite Episode, Rauch und Spiegel. Jetzt sind wir nochmal gespannt. In der letzten Folge der letzten Episode ist Snow gestorben. Ein kleiner Rückblick, natürlich. Wow, 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 hey, hey! You've got something on your face. What the fuck are you talking about, you stupid cunt? You're not as bad as everyone says you are. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. I promise. Thank you for trusting me. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Come with me. Snow, I need that one or keine Snow. No. Don't interrupt me, Miss Snow! You asked me a question. Don't change the subject. You were to blame for the sunplecidness, Miss Snow. No, I'm Dee. He's dumb. You're gonna tell me right now. What? Dad! I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. Holly, you're out of paper towels and they're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad. But I didn't do it. All right. I got a hundred bucks for the first bloke that can tell me something about a girl name. Fuck, man! Das war der Rückblick, was geschehen ist in der ersten Episode. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten von Telltale Games mit Vertigo, DC und Warner Brothers. Bigby. Er erblickt. Voller Schock. Mr. Wolf! Oh! Snow. You're making this more difficult than it has to be. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. Mir geht's einfach blendend. I'm hunky-dory. Thanks for asking. There's no need to get aggressive. I'm trying to help you. Look. I know what you must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. You don't know anything. If you did, you wouldn't be sitting here talking to me. You'd be talking to the piece of shit that did this. Well, you stonewalling me like this isn't helping either of us. So why don't you cut this shit and... Ja? Madame? Wirklich, ist das so, ja? Tja, scheinbar nicht, ja? Didn't think so. Ja. Your nose is bleeding. Oh. Alles klar? Was? Fazit, Emma. Oh. 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 Oh nein. Was passiert denn mit ihr? Oh mein Gott, ist sie tot? Wer war denn da gerade nebenan und hat dann die zwei Polizisten ermordet? Oh oh. Ihr Geburt? Was hast du ihr angetan? Was hast du ihr angetan? Sie wird gut. Nein. Es ist nur ein Memorie-Wipe-Spell. Sehr günstig. Aber es funktioniert. Die ganze Station wird die letzten 24 Stunden vergessen und alles, was sie in den Wurzeln sahen. Na, schnell! Uiuiuiuiuiuiui. Was für ein Auftakt ey. Er hat also alle Beweismittel mitgenommen. Das ändert nichts. Das ändert nichts. Er arbeitet auch schon für jemanden. Er arbeitet auch schon für jemanden. Und wer es ist, will, dass ich ihn schlafen habe, in jeder Wurzeln, die ich gesehen habe. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie in den Wurzeln sind. Nicht unbedingt, aber es kann ja wohl trotzdem sein, dass der Auftraggeber, dass... Also irgendwas läuft doch hier gewaltig schief in Fable Town. Gewaltig schief. Will you be next? Tolles Werbebanner auf dem Bus. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, was du denkst, Bigby. Ich weiß nicht, was du denkst, Bigby. Es war eine ganze Nacht und eine kleine Nacht. Und ich vermisse sie auch schon. Du weißt, ich kriege nie mehr nach Hause, als wenn ein von uns sterbt. Und jetzt, für es wäre Schnee. Ich habe nie so gut mit diesen typen Dingen. Ich glaube, das ist wirklich schwer. Es ist schwer. Ja. Ja. Es ist schwer. Unsere Geschichte war so einfach. Wir hatten ein Beginn, ein Mittelfeld und ein Ende. Aber seitdem wir hier in dieser wunderschöne Stadt sind, alles wurde so confused. Hat sie gegeben, was sie dachte? Wenn du sie letztendlich gesehen hast. Ich weiß nicht, warum, aber ich wollte wissen, dass sie... Ich denke, es war gut, ich glaube. Sie hat mir nur gesagt, dass sie vorsichtig sein. Sie war immer stolz von dir, Bigby. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was anderes zu sagen, Bigby. Wir mussten... Wir mussten... Wir mussten ein Ende dazu setzen. Es waren zwei Mörder in so vielen Tagen. Wenn wir nicht unsere Kulprinke aufhören, und bald... Es wird sicher noch ein anderer auf unserer Türke. Ich werde es gemacht. Bitte, Bigby. Für Miss White. Ich habe es. Oh. Holla, die Waldfee. Der Bigby. Da müssen seine Kräfte spielen lassen. Errungenschaft recht auf einen Anwalt. Der ist es. Come on. Just tell me what I want to know. It will make things a lot less painful for you. In theory. Oh, were you planning on using that? I just thought you really liked rubbing your little sword. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to get back. I told you, if you want to be involved, you will do things my way. No violence. Whatever you say, Ichabod. Hello, Bigby. I want answers, Dee. Oh, goody. I thought you wanted questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your head? You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Bigby? You think this is a joke? Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. You were with me when it happened, Dummy. I still have questions for you, Dee. Sounds like a personal problem. This is ridiculous. Let him work. Why were you at Toad's place? Looking for a change of scenery. Thought I might move in. Had to take a look around first course. Make sure everything's up to code and what not. Looked alright. Except for this big hole in the wall. Might get drafty. Mach keinen Spaß hier. What are you doing here, Dee? Alright, Dee. Let's get to know each other. Punch. Showfoto. Come on, Bigby. We'll show you first of all that photo of Snow. We'll show you first of all that photo of Snow. Hey. Please. Du kannst uns helfen, Mann. This is why we're here. Someone killed this woman. And we need to know who. I get it, I do. But I can't tell you what I don't know. Just tell me what you were doing at Toad's place. Look, Bigby. We're not on opposite sides here. My brother and I are trying to get to the bottom of things. Same as you. Mhm. Okay. Geld. Eine Zigarre. Nehmen wir mal die Zigarre. Hehehehe. Und zünden sie uns an. Auf jeden Fall. Bieten sie ihn mal an. Ich muss mal ein bisschen freundlich sein. Toller Trick. Was war das mit Faith? Just leave him out of this. You mentioned Faith? Look. I went to a apartment. That's no secret. You saw me. No, there's more to it. You said you were trying to find something. Na? Na? What did you want from Faith? Sorry. I can't help you. I'm not saying any more about it. What's have we here? Whisky. Oh, sein Geld. He's being too nice to him. You always carry this much cash. I've got a lot of laundry to do this week. What's it to you? Ah, legen wir mal wieder zurück. Wir probieren's mal auf die nette Schiene. Come on, Dee. What did you want from Faith? Sweet girl like her. Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief. Fucking sweet. Faith was plenty of things, but that ain't one of them. I mean, you know what she did for a living, right? She stole from you? Not from me. She stole from my boss. Hell, I ain't got nothing worth taking. Your boss. Ah. So let's talk about your boss then. You're gonna get me in trouble, Bigby. I can't answer any more of your questions. I know you enjoy my company. Ha, but I'd like to be off. Okay. Nehmen wir mal den Whisky. You just carry this around. Always handy that way. Ah, wir geben ihm mal einen Schluck. Vielleicht klappt das auch diesmal. I couldn't hurt, I guess. Why don't you just tell me who you're working for? Look, you're not a bear guy. I believe Beauty on that one. But I can't give you that information. That's where I got to draw the line. There's no way Beauty would associate with a scumbag like you. What's wrong with me? You're telling me I ain't pretty enough? Lass mir ihn reden. Yeah. We're real close. I thought this was supposed to be a murder investigation. But you're treating this guy like a fucking house guest. Bluebeard. And not getting any answers from him this way. Snow White is dead. One of us. And you're going to let this ignorant shit walk out of here in one piece. Out of my way. I'll show you how it's done. Oh. What the fuck? What do you think you're doing? Teaching him a lesson. Now pay attention. Stop this right now. You enjoy in yourself. Immensely. Snow White. Snow. 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 Snow? What's going on, Doctor? Snow? 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 Hä? What the fuck? The... Wie... Was zum Teufel? Wie kommt der da jetzt Snow einfach reingerannt? Das... 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 Das geht doch nicht. Was war denn das denn für ein Kopf? The Wolf Among Us Also das ist mal eine krasse Wendung. Damit hätte ich ja nur bei aller Liebe nicht gerechnet. Ich dachte, die lassen einfach so einen geliebten Charakter halt einfach sterben, wie es oft noch mal passiert. Aber er kommt wieder. Episode 2 Rauch und Spiegel Ich dachte, du wärst tot. Nein, aber wir wollten das rausfinden, wer dich umgebracht hat. Du hast uns wirklich Angst gemacht. You really scared us. If we'd just known you weren't actually dead... I was working on this case. After a conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy. But hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. Or at least to figure out who she is. I'm glad you took care of things. Thanks. Snow, snow, snow. Ich bin froh, dass du lebst. Ich bin froh, dass du lebst. Ich bin froh, dass du lebst. Ich bin froh. Ah, es wurde wirklich verzaubert. You should lie low. Das meinte ich nicht. Oh. Oh. Ouch. Okay, okay, okay. 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 Wir versuchen also nicht zu sehr wir selbst zu sein, damit wir den armen TJ nicht noch mehr verschrecken oder sowas. Ai, ai, ai. Breaking point. Oh, hallo. Okay. 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 Und damit beenden wir die erste Folge der zweiten Episode The Wolf Among Us. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich kann kaum erwarten weiter zu spielen. Es ist so spannend. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zur nächsten Folge dieser Episode. Macht's gut. Tschüsschen. Tschüsschen. Tschüsschen.